Für mich war es natürlich ein mega Gefühl, wieder 15 Minuten zu spielen. Das war mein zweiter Einsatz. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass ich aufs Spielfeld durfte. Es ist mir viel gelungen und möchte an dieser Leistung natürlich anknüpfen und versuchen, noch mehr Spielminuten in dieser Saison zu ergattern. Ja, natürlich nimmt man sehr viel Selbstvertrauen mit, vor allem wenn es einem gut gelingt in diesem Spiel, schaut man positiv in die Zukunft. Natürlich, wenn so viele Spieler krank sind, möchte man spielen, wenn die Plätze frei werden. Und man schiebt natürlich immer mit einem Auge auf die freien Positionen in der Mannschaft. Wir probieren tief zu stehen, gut hinten zu stehen und dann nach vorne das Bestmögliche herausholen.